Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast, Folge Nummer 93, schön sind Sie dabei. Ich mache die Eigenwerbung heute gleich vorab. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, bewerten und Ihre Fragen stellen, wie immer als Erinnerung. Alle Informationen diesbezüglich finden Sie in den Shownotes. Es begrüssen Sie wie immer an dieser Stelle, mein Name ist Michael Mayer. Wir legen los. Vorab noch ein anderer Hinweis. Wir unterteilen unseren Podcast ja in verschiedene Segmente, Frage der Woche, News-Update und Thema der Woche. Wenn Sie sich nur für einen dieser Themen interessieren, dann haben Sie jeweils die Möglichkeit, über die Navigation zu dem entsprechenden Kapitel zu springen. Das sollte auf allen Kanälen funktionieren. Es ist aktuell nicht viel los. Die Nachrichtenlage bezüglich Immobilien ist eher dünn. Das ist für einen Podcast, der sich gerne mit aktuellen Themen beschäftigt, natürlich nicht unbedingt ideal. Aber eigentlich auch ganz gut, denn es gibt uns die Gelegenheit, die Tagesaktualität mal ein wenig auf die Seite zu legen und unseren Blick auf Grundsätzliches zu legen. Grundsätzliches zum Thema Immobilieninvestments. Eine Anlageklasse, die uns beide begeistert. Darum sind wir darin geschäftlich tätig. Eben weil sie ganz besondere Vorteile bietet, die man bei anderen Anlageklassen halt nicht hat. Und das hat uns zu einer ganz grundsätzlichen Fragestellung gebracht. Eigentlich müssten wir ja mal über den Kern des Ganzen sprechen. Eigentlich müsste ich dir ganz plakativ einmal die Frage stellen, hey Robert, wie wird man eigentlich reich mit Immobilien? Aber wenn wir die Frage natürlich so stellen, dann tönt das eher nach einem unseriösen Facebook-Webinar als nach einer fundierten Diskussion. Darum wollen wir es vielleicht anders angehen. Uns aber schon die Frage stellen, was kann man denn mit Immobilieninvestments denn grundsätzlich erreichen? Eben im Hinblick darauf, dass dieses Investment eine der wenigen Möglichkeiten ist, um tatsächlich passives Einkommen zu generieren. Und dabei wollen wir auch wirklich ganz von vorne beginnen. Wie schaffe ich den Einstieg? Und wie können meine Investments eben tatsächlich zu meiner persönlichen finanziellen Freiheit beitragen? Gerade auch in der Schweiz auf dieses Gespräch und insbesondere auf deine Expertise her freue ich mich. Darüber sprechen wir im Thema der Woche. Davor kümmern wir uns aber wie immer um. Die Frage der Woche. Und die wurde uns gestellt von einem regelmässigen Zuhörer. Es ist mehr eine Anmerkung als eine Frage. Fast schon eine Kritik an Aussagen deinerseits. Robert Plantak hat bei den Festhypotheken richtigerweise von Schaufensterpreisen gesprochen. Ich habe gerade über einen Broker, eine Vierjährige für 1,75 Prozent abgeschlossen. Ich kann allen nur empfehlen, sich die nötige Zeit zu nehmen, Hypotheken seriös zu vergleichen. Mein Poker ist, dass sich der Umstieg lohnt. Dies im Gegensatz zur Meinung von Robert Plantak. Also zur Einordnung. Ich habe mir die Schaufensterpreise der Vierjährigen gerade angeschaut. Aktuell die günstigste, die ich gefunden habe. 1,84 Prozent. Also fast einen ganzen 0,1 Basispunkt über den Preis, den sich der Herr sichern konnte. Dazu meine Anmerkung. Vierjährige ist dann halt auch eine Laufzeit, die bei Crowdhouse eigentlich nie in Frage kommt. Wir gehen bei Festhypotheken, wenn überhaupt, auf längere. Meistens fünf Jahre. Mindestens fünf Jahre. Oft auch länger. Und es stellt sich mir aber nichtsdestotrotz dann halt trotzdem die Frage, wenn man die Aussicht hat, dass sich die Zinsen ab diesem Sommer deutlich nach unten bewegen werden. Und davon geht übrigens auch die Reifweisen in der neuesten Prognose aus. Wieso sollte man denn ausgerechnet jetzt vor dieser antizipierten Bewegung sich noch eine Festhypothek sichern? Okay, sehr gut. Also ich will noch einmal, das soll in dem Moment keine Kritik sein. Schlussendlich muss ein solcher Entscheid ja auch zur eigenen Strategie, zur eigenen Situation passen, die wir in diesem Fall nicht vollumfänglich kennen. Ich kenne sie ziemlich gut, weil ich glaube, ich weiss, wer es ist. Vielen Dank für die Frage. Also man muss zuerst mal vorsichtig sein. Nicht jeder bekommt diese Konditionen. Es spielt eine grosse Rolle, was du für ein Profil mitbringst als Immobilienkäufer. Es spielt eine grosse Rolle, was du sonst noch für Vermögenswerte hast, wie interessant du allenfalls für den Partner bist. Es kommt auf die Region drauf an. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wenn du natürlich ein Kunde bist, der für die Bank oder Versicherung oder wie auch immer attraktiv ist und die Sicherheit ebenfalls für die Bank oder Versicherung attraktiv ist, werden die natürlich eher bessere Konditionen anbieten. Aber zu vergleichen lohnt sich eigentlich immer. Genau. Jetzt vielleicht deine Frage war ja, wieso sollte man so etwas machen, wenn man antizipiert, dass die Zinsen runterkommen. Aktuell ist der Saron ja bei rund 1,7 Prozent und üblicherweise gibt es einen Aufschlag von 0,5 bis 0,65, teilweise ein bisschen mehr, teilweise ein bisschen weniger Prozent dann quasi auf diesen Saron. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es 0,6 ist. Das heisst aktuell, wenn ich heute den Saron abschliesse und auch das, auch diese Margen ist eben, wie gesagt, unverhandelt. Wenn du da ein guter Kunde bist von einer Bank, kann es durchaus sein, dass es vielleicht auf 0,5 oder sogar weniger ist, aber bleiben wir mal bei 0,6. Das heisst aktuell jetzt per heute bezahlst du also 2,3 Prozent Jahreszins, so wie es aktuell heute, wie der Leitzins heute ist, wie das Saron heute steht. Wenn wir jetzt also im Juni, ich glaube Ende Juni, von einer ersten Senkung ausgehen, würde das bedeuten, dass du quasi dann im nächsten drei Monate Compound und wenn die Senkung zum Beispiel 25 Basispunkte beträgt, was sie wahrscheinlich machen wird, bist du dann wahrscheinlich irgendwo zwischen, also der Saron ist nie immer gleich 100 Prozent, Leitzins ist meistens nahe dran, der Leitzins ist bei 1,75, der Saron bei 1,7. Also mal angenommen, der Leitzins kommt runter von 1,75 auf 1,5, also quasi 25 Basispunkte, dann gehe ich davon aus, dass du dann mit dem Saron wahrscheinlich bei 1,45 bist, plus dann die 0,6 bist du bei 2,15, so. Jetzt haben wir immer noch eine Differenz, jetzt ist dann halt die Frage, wann kommt dann die nächste Senkung, mal angenommen, es kommt ein halbes Jahr keine und dann kommt wieder eine 25 Basispunkte Senkung im Dezember, dann bist du bei 1,25 unten, das heisst beim Saron bist du bei 1,2 vermutlich, plus dann die Marge von 1,6, dann bist du bei 1,8. Dann bist du schon relativ nahe an diesem Wert dieser vierjährigen Festhypothek. Was bedeutet also, dass dieser Herr jetzt hier in diesem Fall mal sicher ein Dreivierteljahr von günstigen Konditionen profitiert hat, er hat sich aber auch verpflichtet, weitere drei Jahre bei diesen Konditionen zu bleiben. Heisst also, wenn dann im Jahr 2025 der Leitzins auf 1% runterfällt, also noch ein Schritt und ich denke, das ist ein Szenario, was von mir aus gesehen durchaus im Rahmen des, also nicht nur des Möglichen, sondern es ist eigentlich das Szenario, von welchem wir aktuell ausgehen. Da bist du beim Saron wahrscheinlich ein bisschen drunter, sagen wir bei 0,95, gleiche Marge, da bist du bei 1,55 und dann bist du drunter. Das ist glaube ich bei 1,64. Das heisst, du wärst dann nach dreivierteljahren wärst du dann unter dem, was der Herr jetzt abgeschlossen hat für seine vierjährige Festhypothek mit einer verbleibenden Laufzeit von drei Jahren. Und da müsste man halt jetzt kurz rechnen, wie viele Jahre müsste der Leitzins bei einem Prozent sein. Aber in der Regel ist ja die SMB grundsätzlich schraubt die nicht so häufig an dieser Zinsschraube. Das heisst, wenn man wieder auf einem Niveau ist, wo Inflation kein Problem ist und wo es grundsätzlich sonst keinen Grund gibt, zu intervenieren, wie zu starke Franken oder so, ist meine Annahme oder meine Strategie, dass wir irgendwo auf ein Zinsniveau von plus minus einem Prozent landen und dann relativ lange uns da herum bewegen werden. Und deshalb ist jetzt mein Ansatz nicht, in eine Feste zu wechseln, insbesondere weil es mir auch die Flexibilität gibt, zu entscheiden, was ich mit dem Asset mache, ohne irgendwelche Penalties zu zahlen, wenn ich zum Beispiel vorzeitig verkaufe und B auch wirklich zu schauen, in welche Richtung der Markt geht. Eben und schlussendlich, Stichwort persönliche Situation, oder wenn man natürlich in dem Moment für sich sagt, hey, eigentlich die 1,75 Prozent, das finde ich einen guten Deal, damit kann ich gut rechnen. Dann ist es eine gute Sache, das zu machen. Wenn ich mich jetzt nicht so sehe, ob ich jetzt da ein paar Prozentpunkte runterrisse, dann ist das absolut valid. Dann ist es eine absolut gute Sache und es gibt einem halt eine gewisse Stabilität und Vorhersehbarkeit und völlig in Ordnung. Kommen wir zum News Update. Ich habe es gesagt, viel ist nicht los, das Wenige liste ich gerne hier auf. Heute ist eine neue Studie der Raiffeisen erschienen, insbesondere wird da eben auch eine Prognose bezüglich der Zinsentwicklung abgegeben und die widerspiegelt genau dieses valide Szenario, das wir hier gerade besprochen haben. Und es gibt eine meines Erachtens interessante Analyse bezüglich des Quadratmeterverbrauchs, die schlussendlich genau das beschreibt, was wir auch schon lange propagieren. Die Bestandes- und die Angebotsmieten driften immer weiter auseinander. Stichwort Locked-In-Effekt. Ein langes Mietverhältnis zu künden wird immer unattraktiver, weil die Preisdifferenz einfach nicht mehr stimmt, was eben dazu führt, dass die falschen Personen in den falschen Wohnungen leben, interessant zum Nachlesen. Den Link finden Sie in den Shownotes und dann noch eine politische Ratnotiz. Es sind zwei Referenten zustande gekommen, die vom Nationalrat im Herbst beschlossenen Anpassungen des Mietrechts zugunsten der Vermieter bezüglich Untervermietung und bezüglich Eigenbedarf kommen. Das Schweizer Stimmvolk wird über diese zwei Vorlagen voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024 abstimmen. Es werden nicht die einzigen Vorlagen bleiben, die in diesem heiss debattierten Thema Wohnen und Mieten in den nächsten Monaten und Jahren zu reden geben werden. Aber es ist vielleicht schon einmal ein erster Gradmesser, wo man sehen kann, hey, was denkt eigentlich das Volk über solche Vorlagen, wenn eben auch der Wahlkampf so polarisiert geführt wird. Ja, das wird spannend zu sehen sein. Wir kommen zum Thema der Woche. Also Robert, sag's mir, wie werde ich reich mit Immobilien? Spass beiseite. Der Titel der Folge lautet «Finanzielle Freiheit mit Immobilien». Wir haben es gesagt, wir wollen heute aus der Anfängerperspektive diskutieren und machen zwei Szenarien auf. Szenario 1, ich habe wenig bis gar kein Kapital. Kein gutes Szenario, ja. Zweitens, ich habe bereits etwas Kapital. Wie schaut für diese Szenarien ein realistischer Einstieg in Immobilieninvestments aus? Und vor allem, wieso sind denn Immobilieninvestments eben ein Weg, den man sich anschauen kann, den man sich vielleicht auch anschauen sollte, wenn man eben von finanzieller Freiheit spricht, beziehungsweise was verstehen wir denn diesbezüglich, wenn wir von finanzieller Freiheit sprechen? Vielen Dank. Das Thema gefällt mir generell, weil ich, es ist ein bisschen ein, also nicht wirklich, aber irgendwie schon ein philosophisches Thema ja auch. Und philosophieren, das liegt mir gut, wenn irgendwann die Roboter unsere Arbeit übernehmen und wir ein Universaleinkommen haben, Micky, und ich dann endlich finanziell frei bin, glaube ich, widme ich mich der Philosophie. Aber bis dahin muss ich hier am Podcast ackern und werde das natürlich auch tun. So, also jetzt haben wir das Szenario, was leider nicht ganz so cool ist wie das zweite Szenario. Das heisst, du bist irgendwo am Anfang, du hast wenig bis kein Geld. Mit wenig bis kein Geld meine ich tatsächlich wenig bis kein Geld, weil das ist ja auch immer Ansichtssache, was das bedeutet für den Milliardär. Es sind 100 Millionen wenig bis kein Geld, aber ich rede jetzt effektiv von wenig bis kein Geld. Das Szenario, das ich jetzt im Kopf habe, du bist irgendwie, ich weiss es nicht, du arbeitest irgendwo im Büro, hast ein Einkommen von monatlich vielleicht 6'000 oder so in der grössen Ordnung und träumst davon, mit Immobilien ein Vermögen zu machen. Ein legitimer Traum, davon lebt der Kapitalismus, der amerikanische Traum. Wie würde ich also so etwas angehen, respektive wie würde ich, was würde ich jemanden anraten, der in dieser bisherigen Situation ist. Im ersten Moment geht es darum, es scheint so, als ob unser Protagonist der Geschichte wahrscheinlich auch keine grosse Immobilienerfahrung hat und auch kein Geld. Das ist relativ schwierig, was bringt die Person dann mit an den Tisch. Und das Einzige, was mir jetzt in den Kopf kommt, was die Person mitbringen kann, ist halt der Wille. Der Wille, das wirklich schaffen zu wollen und auch der Wille und die Arbeitsmoral, halt dafür zu tun, was man dafür tun muss. So, anfangen würde ich damit, mir Wissen anzueignen zum Immobilien-Thema und da würde ich nicht den klassischen Weg bestreiten und versuchen, quasi durch offizielle Lehrgänge das zu lernen. Also ich würde nicht irgendwie versuchen, ein Studium zu machen, weil wenn das alleinige Ziel ist, wirklich vermögend zu werden mit Immobilien, ist ein Studium oder was in der Art nicht wirklich eine zwingende Bedingung. Das ist einfach nicht sehr praxisnah. Ja, also ich meine, das eine ist, das Studium bildet dich dazu aus, ein sehr guter Angestellter zu sein und ich sage jetzt mal, als einfacher Angestellter vermögend zu werden, das ist eher, ich sage jetzt mal, fast nicht ausgeschlossen, aber schwierig. Da musst du schon, ich sage jetzt mal, Karriere machen, ins Management, in Management-Positionen hineinwachsen, immer besser werden und dann geht es natürlich oder vielleicht irgendwo Partner werden oder sonst irgendwie beteiligt. Das wäre so ein Weg und das wäre grundsätzlich so ein bisschen der längere Weg. Der würde dann wahrscheinlich über ein Studium führen, über sehr viel Berufserfahrung und sich dann langsam hocharbeiten und dann wahrscheinlich in ein gutes Immobilienunternehmen wechseln, wahrscheinlich in ein Unternehmen, welches einem auch unternehmerische Perspektiven bietet und unternehmerische Perspektive bedeutet für mich einfach, dass du als Teil dieses Unternehmens nicht nur entschädigt wirst gegen Stunden. Das heisst, ich komme achteinhalb Stunden arbeiten und bekomme für das ein fixes Salär, sondern du wirst eigentlich für deinen Erfolg entschädigt und starten kann so etwas, indem man irgendwo als Makler tätig wird und dort quasi erfolgsbasiert Honorare bekommt und eigentlich so sein Basisaufkommen aufpolieren kann, entsprechende Erfahrungen sammelt, besser wird, intern aufsteigt, die Karriereleiter hochsteigt, vielleicht mal ein Team übernimmt, dann vielleicht mal irgendwo eine Mittelmanagementposition, Managementposition, vielleicht dann irgendwann so ein gutes Netzwerk hat und so viel Erfahrung, dass man plötzlich attraktiv wird für ein anderes Geschäft, was vielleicht noch besser läuft und dann entsprechend dort mal angefragt wird oder gehadhuntet wird, zum Partner wird und entsprechend gutes Geld verdient. Das ist so zum Beispiel ein typischer Werdegang, würde ich jetzt sagen, wie die Partner bei Wüst und Partner und viele von denen, die ja von Anfang an oder schon lange dabei sind, denen geht es finanziell sicher ganz gut, aber das ist so ein typischer Weg, wie es zum Beispiel da funktionieren würde. Und um jetzt die Geschichte, ich glaube, wir müssen es in zwei teilen, wir kriegen nicht beide Szenarios, in einem Podcast sehe ich gerade. Und jetzt ist es ja so, jetzt bleiben wir nochmal bei diesem Partnermodell, jetzt verdient ihr so ein Partner vielleicht relativ gut jedes Jahr, das macht ihn noch lange nicht finanziell unabhängig oder effektiv, ja, ihm reich ist so ein bisschen Definitionssache, was das bedeutet. Ich sage ihn finanziell unabhängig. Das heisst, was wäre der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist halt nicht das zu tun, was die meisten machen und das viele Geld, das man verdient, wovon ja vieles an der Steuer hängen bleibt, auszugeben und zu sagen, hey, die anderen Partner, die fahren alle neuen Elfer Turbo, ich möchte auch einen und die Kinder müssen in die Privatschule und ich fliege nur noch Business und dies und das. Da kann man noch so viel Geld verdienen, dann ist das relativ schnell weg. Das Ziel wäre es dann, bodenständig zu bleiben, Kosten tief zu halten, Geld zu akkumulieren und dann sehe ich da zwei Wege. Ein Weg ist Nummer eins, selber anfangen, das angelernte Wissen anzuwenden als Investor. Das heisst, entweder selber Immobilien kaufen und wir sind jetzt immer noch in der Vermögensaufbaufase. Das heisst, das Vermögen nutzen, Immobilien kaufen und dann, ich glaube, wir sind noch nicht in der Phase, wo wir Immobilien kaufen und halten. Wir bauen immer noch unser Vermögen auf. Das heisst, zwei, drei Wege gibt es da. Der eine Weg ist, ich erkenne irgendwo Opportunitäten oder ich sage jetzt mal Ineffizienzen im Markt und kaufe Immobilien, die andere im Moment nicht kaufen und verkaufe sie dann besser weiter, weil ich vielleicht etwas in den Immobilien gesehen habe, was die anderen nicht gesehen haben. Das ist ein bisschen eine Flipping-Strategie. Thema Nummer zwei ist, ich kaufe etwas, baue es um und verkaufe es dann mit einem Gewinn weiter. Thema Nummer drei ist, ich entwickle etwas von Grund auf klein und verkaufe es dann weiter, was aber dann doch wieder ein bisschen mehr Kapital braucht. So, jetzt mache ich das. In einem zweiten Schritt könnte ich das erweitern, indem ich vielleicht noch Kapitalgeber dazu nehme, um einfach mein Volumen zu vergrössern. Dann merke ich plötzlich, hey, das ist ein Business, das funktioniert, das möchte ich erweitern. Man löst sich also vom Angestellten- und Partnerverhältnis, macht sich vielleicht selbstständig und ist dann fix in dem Bereich tätig, verdient dann so viel Geld mit Immobilienentwicklungen und Handel, dass man irgendwann genug Geld hat, dass man die Immobilien, die man kauft, die guten nicht mehr verkauft, sondern behält. Diese haben Mieterträge, diese Mieterträge fliessen schön monatlich aufs Konto. Irgendwann hat man so viele Mieterträge, dass man nicht mehr neue Immobilien kaufen muss. Nichtsdestotrotz fliessen die Mieterträge, der ganze Überschuss wird reinvestiert und man kauft neue Immobilien und man ist schön im Zinseszinseffekt und hat eigentlich ein schönes, gutes, bequemes Leben. So, ein Szenario. Was geht das zweite Szenario? Führe ich noch schnell aus. Wenn man jetzt nicht den schulischen Karriereweg geht, dann wird es eher schwierig, bei einem grossen, namhaften Corporate aufzusteigen, es sei denn, man ist extrem gut in der Akquise oder im Verkauf. Das ist ein Weg, wie man effektiv sehr wertvoll sein kann für jedes Unternehmen im Immobiliensektor oder auch generell. Würde also bedeuten, jetzt bin ich nach wie vor da, ich habe keine Immobilienerfahrung und noch kein Geld, also eigne ich mir zuerst Autoredakt-Immobilien-Wissen an. Das tue ich im Internet, das tue ich in Podcasts wie unserem, das tue ich in überall, wo es nur geht, sauge ich Wissen auf, ich mache Praktika, auch wenn ich damit kein Geld verdiene. Ich versuche möglichst viele Leute aus der Branche kennenzulernen, ich tausche mich aus. Ich sauge einfach das komplette Wissen aus. Ohne Wissen geht es nicht und wenn du kein Wissen hast, dann musst du es gar nicht probieren. Also zuerst muss der Wille da sein, zu lernen. Dann die zweite Frage, die du dir stellen musst, ist, welche Fähigkeiten bringe ich mit. Bin ich der Verkäufertyp? Wenn ich es bin, okay, ganz einfach, dann gehst du vielleicht die Maklerkarriereleiter entlang und dann ist es relativ ähnlich wie beim vorherigen Beispiel. Du verdienst gute Provisionen, du gibst die nicht aus, reinvestierst sie, fängst selber an, mit Immobilien zu handeln, umzubauen, diese zu flippen und dann kannst du weitermachen, wie vorhin erwähnt. Das Gleiche ist, wenn du akquisestark bist, gehst du in diese Richtung und auch da, ich sage jetzt mal, da muss man sich halt beweisen. Man ist nicht immer von heute auf morgen ein super Verkäufer oder ein super Akquisiteur. Dann ist es wichtig, weil der Wille, deshalb sage ich, der Wille wie bei einem Sportler, da fängst du unten an und fängst halt mit, ich sage jetzt mal, mit schlechten Jobs halt an. Da bist du halt Praktikant und da bist du dann Assistent und Analyst und Junior Analyst und weisst du, guck, guck was, bis du halt mal Makler bist, aber dann musst du dich beweisen. So, wenn du jetzt nicht verkaufst und nicht akquisestark bist und nicht schulisch gewandt, dann wird es schwierig. Aber auch dann gibt es Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, da müsste ich jetzt extrem weit ausholen. Ich wollte effektiv Beispiele bringen, wo ich sage, die sind für mich greifbar. Ich glaube, die kriegt man hin. Wenn jemand einfach gute Immobilientexte schreiben kann, ist das sicher eine Fähigkeit, die begehrt ist. Es ist halt die Frage, wie lange ist sie noch begehrt? Wann wird das Chat-GPT besser machen? Aber ich sage jetzt mal, mit den Fähigkeiten, entweder verkaufen zu können, akquirieren zu können, gute Netzwerke zu haben oder aufzubauen oder effektiv wirklich sehr gutes schulisches Immobilienfachwissen und Berufserfahrung zu haben, das musst du irgendwie einfach haben. Das ist wie, wenn du sagst, ich habe noch nie Sport gemacht und ich möchte Profifussballer werden, dann wird es sehr schwierig. Da verstehe ich dich schon richtig, also was früher oder später, beim einen vielleicht ein bisschen früher, beim einen später und wenn man kein Kapital von Beginn hat, dann wahrscheinlich eher später. Aber irgendwann führt der Weg dann halt schon auch dazu, dass man direkt Investments macht und dass man sich selber auch mal eine Immobilie selbstständig erwartet. Ja, unbedingt, weil weisst du, solange du Immobilien nur vermittelst, bleibst du ewig Dienstleister und irgendwo durch ist ja deine Zeit, deine Zeit ist sehr limitiert. Das heisst, auch wenn du sehr ambitioniert bist, aber nach 13, 14 Stunden und sieben Tage die Woche nach ein paar Jahren kannst du halt nicht mehr. Und die Vermittlung von Immobilien, das ist halt etwas, da limitiert dich deine Zeit. Du musst hin und her fahren und irgendwann hast du ein Limit erreicht, wo du als Einzelperson nicht mehr machen kannst. Da kannst du versuchen, das über eine Organisation zu skalieren und quasi da einen Split zu machen. Auch das geht, das ist auch ein möglicher Weg. Ich glaube aber, der Weg effektiv zuerst ein gewisses Grundkapital anzusparen und das kann ja auch alles parallel laufen. Also du kannst parallel weiter Dienstleister sein. Aber effektiv Investor zu werden bei Immobilien sehe ich als den richtigen Weg, um Kapital aufzubauen und das wirklich Step by Step. Zuerst vielleicht nur eine Wohnung sanieren und dann drei Wohnungen und dann mal ein Mehrfamilienhaus. Und eben genau, wenn wir über diesen Weg reden, da hast du es so angesprochen. Ja, wenn man sagt, okay, ich kann weder kaufen noch verkaufen oder verhandeln, ist nicht meine Stärke, dann wird es meines Erachtens eben doch sehr schwierig, weil Akquisition und dann eben auch Distribution, das sind einfach zwei absolute Key. Ja, absolut. Also absolut bei dir. Und auch wenn du sagst, ich bin absoluter Bauprofi, wenn du es halt nicht hinkriegst, Leute zu überzeugen, dir eine Parzelle zu verkaufen oder wenn du dir nicht das Wissen aneignest, was denn in so einem Vertrag steht oder was man drin haben muss, es wird einfach schwierig. Und das ist so ein bisschen, weshalb ich das auch so erwähne, sind so zwei, drei Sachen. Wenn ich häufig mit Leuten rede, die alle davon träumen, viel Geld zu verdienen, weil sie halt Geschichten hören von Leuten, die viel Geld verdienen und dass irgendwie der Zeitgeist zu sein scheint in der aktuellen Generation, ohne zu urteilen, ob ich das gut oder schlecht finde. Die Leute vergessen immer, dass es Zeit braucht, es braucht Geduld, es braucht unglaublich viel Wille und Energie und es gibt im Leben nichts umsonst und für alles zahlt man einen Preis und der Preis ist halt häufig deine Zeit. Das heisst, wenn du kein Geld hast, kannst du nur mit deiner Zeit bezahlen, aber dann bezahl lieber in deiner Zeit, um etwas für dich aufzubauen, langfristig. Und das heisst ja nicht, dass du Stationen zwischendurch durchläufst, die dich auf deinem Weg begleiten, die musst du jeder machen. Jeder von uns hat ja irgendwo mal klein angefangen. Und wenn du dann Kapital hast, dann investiere das Kapital, weil dann wird die Zeit viel wertvoller. Wenn du ein bisschen verstehst, was ich meine. Also wenn du 50 bist und mehrfacher Millionär, dann hast du ein bisschen weniger Zeit, als wenn du 18 bist und kein Geld, dann ist halt die Zeit dein Kapital und was du investieren kannst und auch sollst. Ich habe da einen interessanten Take. Ich bin gespannt, ob du da mitgehen würdest. Wenn man jetzt wirklich an der Position ist, wo du sagst, boah, dieses ganze Verhandeln, dieses Kaufen und Verkaufen ist so nicht ganz mein Ding, ist nicht meine Comfortzone. Ich glaube, man kann das lernen und man kann in diese Comfortzone kommen und man kann das üben. Jetzt vielleicht üben muss man es ja nicht unbedingt mit Immobilien, sondern man kann sich sagen, hey, ich übe das eigentlich mit kleinen, irrelevanten Sachen. Ich spreche zum Beispiel tutti.ch, da gibt es Dinge, die angeboten werden, zum Teil auch Unterpreise, wo man sagen kann, hey, komm, ich versuche doch mal irgendein Objekt, was es auch ist, keine Ahnung, eine Playstation, was auch immer, ich versuche mal, die günstig zu bekommen und versuche die dann teurer wieder loszuwerden. Nicht so sehr einfach jetzt, einfach um da Geld vorderlinig zu machen, sondern sagt, okay, wenn Verkaufen nicht meine Expertise ist, man kann das durchaus auch im kleinen Rahmen sagen, okay, da kann ich, weil grundsätzlich in dem kleinen kann man dann sehr viel lernen und dann halt einfach das auch mitnehmen, weil das Grundprinzip ist das kleine. Korrekt, bin ich bei dir. Ich glaube, man kann alles lernen, wenn man will, wirklich alles und es braucht nicht für alles Dekaden, um es zu lernen. Man muss es halt wirklich wollen und es gibt halt Leute, die sagen, ja, das ist nicht meine Komfortzone, ich will es nicht. Da muss man halt akzeptieren, dass der Preis zu zahlen ist, dass man sich verändert und dass man halt was macht, was einen aus der Komfortzone herausbringt und wenn man halt das nicht will, dann ist es nicht der wirkliche Wille, es wirklich zu wollen und dann geht es halt nicht, aber da bin ich bei dir, also ich habe auch so eine Angewohnheit, ich, also jetzt nicht im Kobo oder Migro, aber sonst in Lädern, egal was es ist, ich frage immer, ob da was geht mit dem Preis. Es kostet nichts, ab und zu schauen sie dich komisch an, aber ich sage, du gehst in ein Möbelgeschäft, du willst ein Sofa kaufen, da zu fragen, was kann man da am Preis machen oder was müsste sein, dass man da am Preis was machen kann, schadet nicht. Der kann die Höchsten sagen, gar nichts, vergessen Sie es oder der kann sagen, das Ausstellungsmodell kann ich Ihnen 30% günstiger geben oder wie auch immer und so halt im Leben überall ein bisschen anfangen, sich durchzuboxen. Eben, ich glaube, was viele dabei hemmt, ist quasi die Angst vor der Reaktion. Die Angst vor dem Nein, ja. Die Angst vor dem Nein und ich glaube, da kann man sich, also ich sage mal, da kann man sehr schnell abstumpfen, also ich glaube, da kann man sich sehr schnell daran gewöhnen und man kann da auch, auch wenn man am Anfang findet, das ist nicht meine Comfortzone, man kann da auch sehr schnell wirklich Spass daran finden. Ja, ja, klar. Also ich sage jetzt mal immer, weisst du, der Verkauf oder die Akquise ist der schönste Job auf dem Planet und auch der hässlichste Job auf dem Planet. Schön ist er dann, wenn du positives Feedback hast und wenn ein Deal klappt oder der Verkauf von etwas ist erfolgreich oder die Akquise und richtig mies ist der Job, wenn du halt immer nur die Neins kassierst und in dieser Phase bist, aber da musst du halt dir halt eine dicke Haut wachsen lassen und dann geht das irgendwie. Springen wir vielleicht zum Punkt, wo man sagt, doch, eigentlich habe ich das Kapital, ich könnte mir jetzt mal wirklich überlegen, so ein erstes Objekt zu erwerben. Das, was wir hier besprechen, das ist ja nicht neu, wir sind nicht die Einzigen, die das propagieren. Ich kenne es aber eher aus Ländern, die halt eben nicht in der Schweiz, also ich kenne es nicht unbedingt von der Schweiz, ich kenne es sehr stark von Deutschland, da muss man schon sagen, in Deutschland gibt es halt auch die Möglichkeit, eine erste Einheit auch für deutlich weniger Kapital zu erwerben, als das in der Schweiz ist. Ich habe mal einfach bei Homegate kurz nachgeschaut, hey, was ist so ungefähr das Günstigste an einer Wohnung, die man bekommen könnte? Jetzt klammern mal die ganzen Rustikos im Tessin aus, also wenn man sagt, man will mehr als einfach nur einen historisch geschützten Steinhaufen erwerben, nicht unbedingt in Zürich, aber vielleicht Thurgau, St. Gallen, da ist man momentan für 250.000, 270.000 sind da Wohnungen ausgeschrieben, drei Zimmer, zwei Zimmer, also das ist ungefähr die Grössenordnung, nehmen wir an, man kann da… Wahrscheinlich alt und klein, Wahrscheinlich, logisch, aber nehmen wir an, man kann eine Hypotheke aufnehmen, da sind wir dann eher nur im Rahmen von 50.000, 60.000, 70.000. Ja, absolut, absolut bei dir und ich meine, das kriegst du angespart in einem Jahr und wenn es nicht in einem Jahr angespart ist, kriegst du es in zwei Jahren angespart und während du beim Sparen bist, musst du halt schauen, ob es möglich ist, dir irgendwie mehrere Einkommensquellen zu sichern, nicht nur der Lohn, sondern schaust du halt, okay, kann ich irgendwie das Erlernte sonst irgendwie monetarisieren, weißt du, und da gibt es, da muss man ein bisschen kreativ werden, weil um Vermögen aufzubauen, muss man zuerst Einkommen generieren und Basiseinkommen, Zusatzeinkommen und dann mehrere Einkommensströme, dann Kapital ansparen, Kapital investieren, Gewinne realisieren, Gewinne reinvestieren und so weiter. Ja, vor allem die Ausgabeseite kontrollieren, also ich glaube, man muss sich da ganz schon die Frage stellen, okay, muss ich so viel ausgeben fürs Wohnen, kann ich vielleicht eventuell in dem Wohnen, wo ich bin zu zweit wohnen? Bleib doch bei den Eltern, wenn du das kannst, wenn du in so einer Situation bist. Oder weisst du, ich habe auch… Ist es sinnvoll, ein Auto zu leisen? Ist es sinnvoll, so viel Essen zu bestellen? Also ich einfach das bewusst machen… Aber das ist das, was ich dir sagen möchte, wie fest ist dieses Verlangen in dir, das wirklich zu erreichen? Weisst du, die Leute sagen immer, ja, ich möchte mal reich und erfolgreich werden oder reich und berühmt oder was auch immer. Weisst du, bist du dann auch bereit, wirklich den Preis dafür zu zahlen und wenn der Preis dafür zu zahlen halt ist, dass du vielleicht mit 24 nochmal bei deinen Eltern wohnst für 1-2 Jahre und das war zum Beispiel was, was ich gemacht habe, als wir mit Crudders gestartet haben, bin ich glaube ich, was war das, mit 6, 27 habe ich halt nochmal gesagt, obwohl ich eine wunderschöne Wohnung hatte, habe ich gesagt, komm, ich gehe nochmal zu meinen Eltern wohnen, weil ich muss einfach meine Basiskosten, die müssen so weit wie möglich runter reduziert werden und mein Fokus muss nur dem Aufbau dieses Unternehmens gewidmet sein. Und man muss das halt wollen und man muss das halt wirklich wollen, damit das geht. Angenommen, man hat das Kapital, Stichwort, das erste Objekt, auf was sollte man achten? Also mein Vorschlag wäre, insbesondere weil wir ein bisschen schon über der Zeit sind und weil ich schon zwei SMS bekommen habe, wo die Leute auf mich warten, dass wir da vielleicht einen Teil 2 draus machen und den in unserem Podcast nächste Woche machen. Können wir sehr gerne machen, ich fand es sehr spannend. Ja, unbedingt, dann machen wir nächste Woche, wir weiter bei Teil 2, steigen da ein und kommen dann hoffentlich auch noch zum zweiten Szenario oder müssen dann sogar eventuell einen Teil 3 einschieben. Werden wir schauen. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht auch dazu viele Anregungen oder Fragen oder Kommentare auch von den Zuhörern kommen. Da können wir gerne noch vertiefen. Wunderbar, danke dir. Herzlichen, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcastkanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.